Wie wäre es mit einem Business, mit dem man 5.000 bis 10.000 Euro im Monat verdienen kann? Und das komplett von zu Hause, ohne dass man jemals ein Produkt auch nur anfassen muss und auch nur ohne 1 Euro Startkapital zu haben. Das Ganze nennt sich Print-on-Demand und zwar werden wir das auf Etsy tun. Dieses Business kann jeder starten, egal wie viel Erfahrung, egal wie viel Vorkenntnisse oder egal wie viel Geld ihr als Startkapital habt. Ich zeige euch heute eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie ihr das Ganze einrichten könnt. Am Ende bekommt ihr noch einen Bonustipp von uns. Also bleibt bis zum Ende dran. Wenn ihr unseren Kanal noch nicht abonniert habt, dann tut das direkt und verpasst kein neues Video mehr. Wir werden heute zusammen einen Etsy-Shop zusammen einrichten. Starten wir erstmal mit, was genau ist Etsy Print-on-Demand? Ihr arbeitet mit White-Label-Lieferanten, die euch die Produkte ohne Beschriftung zur Verfügung stellen. Das können zum Beispiel weiße Tassen, weiße T-Shirts, weiße Handyhüllen oder Bilder sein. Im Grunde alles, was man bedrucken kann. Ihr bringt eure Bilder oder Grafiken auf die Produkte und verkauft diese als eure eigenen. Gebt einfach mal bei Etsy bedruckte Sachen ein und schaut, wie viele verschiedene Produkte es gibt. Das Tolle ist, ihr müsst euch um kein einziges physisches Produkt kümmern. Kein Bestellen, kein Lager, keine Miete für das Lager oder Sonstiges. Ihr werdet es nicht mal in die Hände nehmen müssen. Das Produkt wird nämlich erst dann hergestellt, wenn der Kunde es gekauft hat und dann wird es direkt zum Kunden geschickt und vom Lieferanten. Dadurch spart ihr schon erhebliche Kosten, die sonst für Lager und die Produkte anfallen. Und was für Produkte werden wir verkaufen? Ihr könnt im Grunde alles verkaufen, was ihr wollt. Aber bleibt entweder bei einem Produkt und macht das richtig gut oder verschiedene Produkte, die etwas miteinander zu tun haben. Unsere Produkte können zum Beispiel Kleidung sein, Kalender, Wandkunst, Handyhüllen, Tassen und vieles mehr. Wir schauen uns nun ein paar Print-on-Demand-Seiten an und wählen eine für unser Business aus. Hier seht ihr eine Übersicht der Top 7 Print-on-Demand-Seiten in Deutschland, die wir ausgewählt haben. Ihr könnt euch hiervon gerne einen Screenshot machen und selbst nachsehen, welche Seite euch am meisten überzeugt. Hier haben wir zum Beispiel Gelato, Printful, Redbubble, Amazons, KDP, Guten, Printify und ShirtuGo. Wir gehen jetzt nicht alle Seiten durch, sondern sagen euch direkt, welche Seite wir wählen. Und zwar Gelato. Gelato ist für uns die beste Wahl und wir sorgen euch warum. Hier auf Gelato habt ihr eine Produktion in über 32 Ländern, davon alleine 8 Produktionen in Deutschland. Das ermöglicht eine schnelle und COC-sparende Produktion. Außerdem hat Gelato 130 Standorte in 32 Ländern, also habt ihr auch überall schnell in die Welt geliefert. Die Bewertungen dieser Seite sind 4,7 Sterne sowohl auf Trustpilot als auch auf Shopify mit einer ganzen Menge Bewertung. Das sind die führenden Bewertungsportale. Hier seht ihr nochmal, wie Print-on-Demand dein Geschäft ankurbeln kann, global verkaufen, lokal produzieren, einfach zu benutzen und so weiter. Außerdem könnt ihr euren Webshop direkt mit anbinden. Wie gesagt, wir wollen ja Etsy hierfür nutzen, es geht aber auch Shopify, ihr könnt auch Amazon connecten, also wie ihr wollt. Jetzt schauen wir noch einmal, welche Produkte alles hier sind. Wie gesagt, Kleidung, Kalender, Wandkunst, Handyhüllen, Tassen und Karten. Wir können uns hier einfach anmelden, indem wir auf Anmelden klicken. Habt ihr euch noch nicht angemeldet, dann könnt ihr das genauso über Registrieren machen. Wir melden uns jetzt einmal hier an mit Google. Wenn ihr jetzt einmal angemeldet seid, dann könnt ihr auch schon starten. Ihr könnt zum Beispiel ein neues Produkt erstellen, ein einzelnes Produkt. Und vorher in den Katalog gucken, Produktkatalog. Wir wollen uns zum Beispiel mal eine Tasse vornehmen. Geben wir hier auch Tassen. Dann sehen wir hier, dass es die unterschiedlichsten Designs gibt. Es gibt Tassen, es gibt Keramiktassen, es gibt Becher, große Kaffeelatte-Tassen und so weiter. Wir nehmen hier zum Beispiel einmal so eine weiße Keramiktasse als Bestseller, ganz einfach. Und wir können jetzt zum Beispiel hier direkt mit der Gestaltung beginnen. So, hier sehen wir auf der linken Seite ganz viele Möglichkeiten, was wir auswählen können. Oben der Preis für 6,15 Euro. Wenn wir jetzt zum Beispiel auf Shutterstock gehen und uns hier ein Bild aussuchen, dann zeige ich euch jetzt mal, was hier passiert. Sobald wir dieses Design auswählen, dann steigt der Preis nämlich auf 7,80 Euro. Das heißt, die Bilder, die ihr hier auswählen könnt, die kosten nämlich Geld. Ja, sowohl die Layouts als auch die Formen, die hier verfügbar sind. Aber wir wollen ja dafür kein Geld bezahlen. Also, als nächsten Schritt gehen wir auf Pinterest. Pinterest ist im Grunde eine Suchmaschine für Ideen. Und hier schauen wir uns einmal an, was wir denn nehmen können als Design für unsere Tassen. Hier gehe ich jetzt einmal auf Entdecken, beziehungsweise auf Heute. Und dann kann ich einfach mal eingehen, Tassen bedrucken. So, wenn wir jetzt mal hier durchscrollen, sehen wir, was die Leute so machen. Das sind Namen, das sind ein paar Designs, Bilder, Sprüche, verschiedene Motive. Ja, oder einfach, ganz einfach, hier könnte ihr Text stehen. Das ist natürlich das Einfachste. Wenn der Kunde sein Bild oder seinen Text selber schickt, dann können wir das einfach nur übernehmen und dem Kunden übergeben. Dann müssen wir überhaupt kein Design auswählen, sondern setzen einfach nur um, was der Kunde haben möchte. Was ganz wichtig noch zu erwähnen ist, ihr sollt die Ideen und Designs nicht stehlen oder kopieren, sondern ihr sollt euch einfach nur motivieren. Ja, wir wollen uns einfach nur inspirieren lassen, um dann unsere eigenen Tassen zu designen. Wir haben jetzt festgestellt, dass auf Gelato diese ganzen Designs und Bilder Geld kosten. Wir wollen natürlich nichts dafür bezahlen, also habe ich jetzt für euch folgende Website. Wir gehen hier auf rawpixel.com, hier können wir uns zum Beispiel oben bei Free verschiedene Dateien raussuchen, für die wir gar nichts bezahlen müssen. Wir gehen jetzt zum Beispiel hier auf PNG-Elements, hier auf der rechten Seite können wir auf Free klicken und dann scrollen wir einfach mal durch, was wir da haben. Wir haben hier verschiedene Bilder, wir haben Vögel, Wellen, Städte und so weiter. Wenn wir ein passendes Motiv gefunden haben, was wir auf unserer Tasse anbieten wollen, dann können wir das nehmen. Wenn wir jetzt zum Beispiel mal hier rechts sehen, sehen wir zum Beispiel auch Bilder, die bei Pinterest angegeben sind, da wir uns gerade schon Inspiration geholt haben. Hier zum Beispiel diesen Bus. Also können wir den zum Beispiel nehmen und klicken hier auf Free Download. Nachdem wir nun unser Beispiel Design haben, schauen wir uns an, wie wir unser Design mit unserem Etsy-Shop verbinden, ohne dass wir damit noch Arbeit haben. Also, dass die Bestellung auf Etsy automatisch an Gelato weitergeleitet wird, das Produkt hergestellt wird und an den Kunden ausgeliefert wird, ohne dass wir noch irgendwas zu tun haben. Als erstes brauchen wir natürlich eine Etsy-Store. Das dauert aber nur zwei Minuten einzurichten. Hierfür gehen wir auf Etsy, scrollen einfach runter bis zum Ende, gehen dann auf Verkaufen auf Etsy, gehen auf Öffnen deinen Shop und verbinden uns mit Google. Anschließend gehen wir wieder auf Gelato, melden uns an und gehen dann hier auf Direct Integrations und klicken auf Etsy. Wenn ihr andere Integration nutzen wollt, wie zum Beispiel Amazon oder Ebay oder Instagram oder sonstiges, dann habt ihr unten die Möglichkeit dazu natürlich auch. Aber in unserem Beispiel bleiben wir bei Etsy. Um unser neues Design jetzt zu erstellen, gehen wir hier im Personalisierungsstudio, probieren Sie es jetzt. Hier kann man auch gleich dann den Shop verbinden, wenn wir das getan haben. Gehen auf Tassen, wählen unsere Keramiktasse und über Dateien können wir jetzt unser Image hinzufügen. Ja, das können wir hier ein bisschen größer ziehen, machen das hier direkt so, können dann zu den Bildern weitergehen und dann sehen wir hier die Tassen in den verschiedenen Ansichten und wie das dann auch aussieht. Ja, wenn wir dann zu Einzelheiten gehen, können wir noch eine Beschriftung einfügen und dann später zu unserem Shop hinzufügen. So, nun seht ihr hier direkt, dass wir den Etsy-Store verbunden haben. Wir können dann gleich hier auf Add Product klicken, wir können auf Single Product gehen. Dann sehen wir hier wieder alle möglichen Vorlagen. Wir gehen dann hier auf My Template, wählen die weiße Keramiktasse aus, sagen Add to Store und können das dann auch weiter konfigurieren. Ja, die Designs, dann nochmal die Bilder, dann die ganzen Details, wenn wir noch irgendwelche Beschriftungen einfügen wollen und so weiter. Dann können wir auch noch den Preis festlegen. Hier rechts sehen wir in dem Price Guide, dass der normale Preis so bei 14,50 Euro liegt. Den können wir hier auch nochmal erhöhen auf 14,61 Euro. Dann updaten und oben rechts dann auf Publish klicken. Wenn wir jetzt einmal schauen, was wir verdienen können, dann gehen wir einfach mal auf Etsy, geben eine Tasse und hier sehen wir schon verschiedene Shops. Wir klicken zum Beispiel mal hier vorne auf den ersten für 9,99 Euro. Und dann sehen wir, dass das von Manufaktur liebevoll gemacht wurde. Und wenn wir hier draufklicken, sehen wir, dass dieser Shop 122.314 Verkäufe hat. Das ist natürlich über verschiedene Produkte, aber alle kosten 10 Euro und aufwärts, wenn nicht sogar mehr. Und wenn wir diese 122.000 Verkäufe dann einfach mal mit den 10 Euro multiplizieren, dann kommt da eine riesige Summe raus. Ja, also hier kann man auf jeden Fall sich ein ordentliches Nebengeschäft aufbauen und seine Kasse auf jeden Fall auffüllen. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, klicken Sie gerne auf den Daumen nach oben. Schreiben Sie Ihre Fragen oder Feedback in die Kommentare und Sie bekommen auf jeden Fall eine Antwort. Falls Sie diesen Kanal noch nicht abonniert haben, sollten Sie das schleunigst tun, um kein neues Video mehr zu verpassen. Klicken Sie hierzu auf die Glocke und aktivieren Sie die Benachrichtigung. Danke fürs Vorbeischauen und bis zum nächsten Mal.